Ja, so weit, liebe Zuschauer, die Dokumentation Inside IS, 10 Tage im islamischen Staat. Und jetzt im Rahmen einer Phönix-Runde Inside IS die Diskussion. Herzlich willkommen bei uns. Und bei uns im Studio ist der Autor des Films, Jürgen Totenhöfer. Im Dezember 2014 waren Sie 10 Tage mit Ihrem Sohn als Kameramann im islamischen Staat unterwegs. Wir haben es gerade gesehen. Claudia Danschke ist bei uns, Islamismus-Expertin. Sie leiten in Berlin die Beratungsstelle Hayat, das ist türkisch und heißt Leben, beim Zentrum für demokratische Kultur. Und dort kümmern Sie sich um Menschen, besser gesagt um deren Angehörige, die sich dem radikalen Islamismus zugewandt hat, dem Dschihadismus, möglicherweise jetzt auch in Syrien oder im Irak unterwegs sind. Michael Lüders ist bei uns profilierter Nahost-Expertin seit 2015, Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft. Und Andrew B. Dennison, amerikanischer Politikwissenschaftler und Gründer von Transatlantic Networks. Man muss es, glaube ich, noch einmal betonen. Ich habe es gerade gesagt, in Ihrem Film wird das auch erwähnt. Die Aufnahmen, die Filmaufnahmen, die wir gerade gesehen haben, stammen aus dem Dezember 2014, also vor anderthalb Jahren. Es ist die Frage, ob ein solcher Besuch heute noch möglich wäre, nachdem sich ja sehr viel verändert hat. Der Islamische Staat hat gewaltig einen Boden verloren, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich glaube, 30 bis 40 Prozent seines Herrschaftsbereichs steht militärisch möglicherweise mit dem Rücken zur Wand. Insofern ist das ein historisches, ein einmaliges Dokument, das Sie da abgeliefert haben? Ja, ich glaube, später wäre der Besuch auch möglich gewesen. Und ich glaube, der Islamische Staat ist noch leider noch lange nicht geschlagen. Die haben die Städte Tigrit, Ramadi, Fallujah verloren. Aber sie dehnen sich in Libyen aus, sie dehnen sich in der ganzen Welt aus. Es kann sein, dass sie ihren Staat verlieren. Die hatten ja einen richtigen Staat, also keinen guten Staat, aber einen richtigen Staat. Mit Steuernahmen und allem. Es kann sein, dass wenn sie Raqqa und Mossul verlieren, Mossul, das wir ja gerade gesehen haben, dass sie dann den Staat verlieren. Aber sie haben sich darauf längst eingestellt, gehen in den Untergrund und werden dann die größte terroristische Untergrundbewegung sein, die die Geschichte jemals gesehen hat. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Also die Gefahr ist keineswegs gebannt. Und jetzt sehen wir nochmal auf den Film. Frau Danschke, was bringt uns der Film? Wissen wir jetzt mehr als vorher über den Islamischen Staat? Denn es gibt ja aus diesem Staat, außer den Propagandafilmen, sonst keine Bilder. Naja, es gab 2014 die doch sehr deutliche Weißdokumentation dieses britischen Journalisten. Dann diese Bilder. Inzwischen wissen wir sehr viel über den Islamischen Staat, weil wir haben Rückkehrer, wir haben Aussteiger. Wir haben inzwischen interne Dokumente. Das heißt, 2014 war das Wissen noch relativ gering. Inzwischen ist es relativ groß. Das heißt, wir wissen schon ziemlich genau, wie es dort die Strukturen sind, wie auch diese Bürokratie ist letztendlich. Wir kennen jetzt natürlich sehr viel von den Jugendlichen, was sie da hinzieht. Das ist für mich das Relevante. Warum gehen die Jugendlichen da hin? Was sind das für Jugendliche? Welche Chancen gibt es, sie zurückzubekommen? Und da muss ich sagen, hat sich etwas verändert. 2014 haben wir Jugendliche noch zurückbekommen. Da war die Grenze auch noch durchlässiger. Das ist inzwischen fast unmöglich. Das hat mit dem Konflikt mit der Türkei auch etwas zu tun. Einerseits, aber das heißt auch, was für mich wichtig ist, der islamische Staat ist ein absolut paranoider Staat. Und er lebt von seinem Image. Und das Image ist das Wichtigste. Und deswegen habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn wir immer so, oder wenn Sie, Herr Totenhöfer, immer das so hinstellen. Die schlimmste terroristische. Sie ist terroristisch, sie ist gefährlich. Man darf sie nicht unterschätzen. Aber es gibt auch andere Bewegungen. Al-Qaida ist aus meiner Sicht viel gefährlicher, weil sie hochintellektuell ist, was der IS nicht ist. Und IS lebt von diesem Image. Wir sind die, die den Westen am meisten ärgern. Der Westen hat am meisten vor uns Angst. Das heißt, wir dämonisieren da auch den IS etwas. Und wir dürfen es nicht verharmlosen. Das will ich jetzt auch nicht. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht an diesem Image mit stricken. Herr Lüders, Sie haben ja in der Gegend studiert, in Syrien. Sie kennen Sie sehr gut. Wie wirken, möglicherweise waren Sie auch schon mal in Mosul gewesen, vor der IS-Zeit. Wie wirken diese Bilder auf Sie? Ja, es sind zunächst einmal beeindruckende Bestandsaufnahmen dessen, was da geschehen ist. Wie der islamische Staat sich hat ausbreiten können. Und das alles ist natürlich sehr unglückselig. Es hätte alles so nicht sein müssen. Jetzt hat der islamische Staat in der Tat an Gelände verloren. Aber ich teile Ihre Auffassung, dass man nicht glauben sollte, er stünde mit dem Rücken zur Wand. Denn er hat das eingepreist. In der Tat, er wird nicht zu besiegen sein. So ohne weiteres, man kann grundsätzlich nicht terroristische Bewegungen mit militärischen Mitteln besiegen, mit Luftangriffen besiegen. Bei diesen Luftangriffen sterben jedes Mal Unschuldige. Und das ist dann wieder ein neues Rekrutierungsinstrument. Vergessen wir nicht, es sind ganze Staaten zerfallen in der Region. Als Ergebnis unfähiger arabischer Regime. Als Ergebnis von unseligen militärischen Interventionen des Westens. Und das Ergebnis ist, dass wir Millionen von Menschen haben ohne Perspektive. Und solange die Situation so bleiben wird, und das wird noch auf Jahre und Jahrzehnte der Fall sein, haben Organisationen wie diese immer Zulauf. Auch wenn vielleicht der Islamische Staat in dieser Form, wie wir ihn jetzt erleben, in zwei, drei, fünf Jahren nicht mehr existieren mag. Aber dann kommt eine neue Organisation, die möglicherweise noch brutaler ist. Denn wenn Staaten zerfallen, dann beginnt die Stunde der Milizen. Herr Dennissen, welche Informationen haben Sie dem Film entnommen? Es war spannend, diese Bilder zu sehen. Es war natürlich auch beeindruckend, Ihren Mut zu sehen, da hinzugehen mit Ihrem Sohn. Aber ich habe auch ein bisschen meinen moralischen Bedenken darüber. Es kam mir ein bisschen vor, als ob ein amerikanisches Kamerateam eine Drehgenehmigung bekommen hat, in den Warschauer Ghetto 1945 reinzugehen. Jetzt, die Welt ist Gott sei Dank viel friedlicher heute. Die Zahl der Toten ist viel geringer. Aber diese Verwechslung von Täter und Opfer, indem man reingeht und man hört dort, wie gut es ist unter einer strengen Ordnung. Man sieht verletzte Soldaten, nicht deutsche Soldaten, sondern ISIS-Soldaten. Man hört eine Rechtfertigung der Sklaverei mit Bezug auf amerikanische Indianer und Sklaven. Man sieht die Folgen von anglo-amerikanischem Luftbomben-Terror. Aber man sieht keine Massengräber. Und das war für mich das Problem. Sie haben angedeutet, mit den Orange bekleidet die in den Wasser gehen, aber ein Massengrab aufmachen und zeigen, was da los war. Die Opfer, ich weiß, Sie könnten das nicht machen. Natürlich ist der Frage immer im Kopf, welche Kompromisse mussten Sie mit der Wahrheit machen, um aus diesem Horror mit Ihrem Kopf rauszukommen. Natürlich behaupten Sie nicht, aber jeder, der ein bisschen überlegt, muss im Hinterkopf haben, welche Wahrheiten haben wir nicht gesehen. Und eine, die ich nicht gesehen habe, ist einfach die Brutalität. Es war gemütlich da. Das Einzige, was sich wirklich gestört hat, waren die Kinder, die aus dem bombardierten Haus geflüchtet haben. Also der anglo-amerikanische Bomben-Terror. Eine Verwechslung von Täter und Opfer. Herr Todner. Ja, wenn Sie das gemütlich fanden, dann haben wir vielleicht einen falschen, einen anderen Film gesehen. Es war keine Sekunde gemütlich. Ich konnte natürlich keine Gräber selber aufmachen. Das haben Sie ja auch von Peter Börgen nicht verlangt, der mit Osama Bin Laden gesprochen hat. Da wenden Sie ja jetzt ganz merkwürdige Standards an. Ich bin irgendwo das auch müde, wenn man über ein halbes Jahr lang sein Leben riskiert, um diese, ich nenne sie mal Verbrecherbande, zu entlarven und zu demaskieren. Und ich habe zum Beispiel auch Interviews manchmal ganz bewusst laufen lassen, weil ich sie demaskierend finde. Wenn einer sagt, ob das 100 Millionen sind oder 200 Millionen oder 500 Millionen, das ist eine Selbsthinrichtung des IS. Und ich finde, dass es wichtig ist, das zu sehen. Und es gibt ja, das letzte Drittel ist ja ein Gespräch mit einem amerikanischen Islamwissenschaftler, der den IS, was noch übrig geblieben ist nach dem Film, in der Luft auseinander nimmt. Wer nach diesem Film nicht kapiert, dass der IS eine Verbrecherorganisation ist und dass er anti-islamisch ist, weil der Islam verbietet die Tötung von Zivilisten, der Islam verbietet die Zerstörung von Kirchen, Synagogen und Moscheen, der Islam verbietet Angriffskriege, all das verbietet der Islam und all das macht der IS ununterbrochen. Also wenn jemand nach diesem Film und nach dem Buch, es gibt ja auch noch ein Buch, und ich habe ja versucht, mit diesem Buch und dem Film nicht reich zu werden, sondern ich habe mein gesamtes Honorar für Kinder in Gaza und für Kinder in Syrien ausgegeben. Auch das Honorar dieses Filmes geht für Prothesen von Kindern in Syrien, die ihre Beine und Arme verloren haben. 50 haben wir schon versorgt und ich hoffe, es werden weitere 50. Das heißt, es gibt ein ganzes Anliegen dahinter. Und wer das nicht versteht, da sage ich, interessante Ansicht, die Sie hier vertreten. Obama, Ihr Präsident, hat gesagt, ich habe das gerade noch mal nachgelesen, wenn Sie wollen, zeige ich Ihnen das ausführliche Zitat. Obama hat gesagt, ISIS ist der Nachfolger von Al-Qaida im Irak. Und Al-Qaida im Irak ist die Folge unserer Intervention im Irak. Und Obama fährt fort, wir sollten in Zukunft erst mal zielen, bevor wir schießen. Das ist ein Obama-Zitat. Darf ich Sie noch eine Frage, um dem Thema vielleicht von einer anderen Seite noch näher zu kommen. Das war ja nicht ursprünglich als Film geplant. Das sollte ja ein sogenanntes Videotagebuch sein, als Quelle, als bewegte Quelle, wenn man so will, filmbewegte Quelle. Was waren denn die Motive für Ihre Reise dorthin? Warum sind Sie da hingefahren? Wenn ich ausholen darf, Kissinger hat mal über Korea gesagt... Vielleicht nicht ganz so weit zurückgehend, aber dass Sie... Wenn Sie mich unterbrechen, brauche ich noch ein bisschen mehr Zeit. Ja, versuchen Sie es uns kurz und bündig zu sagen. Kissinger, den ich sehr gut kenne, hat mal gesagt, Korea ist... Nicht Korea, Vietnam ist ein erbärmlicher, kommunistischer Agrarstadt. Das heißt, er hat sie völlig unterschätzt. Und die Amerikaner haben einen hohen Preis, und vor allem die Vietnamesen, einen hohen Preis dafür gezahlt, dass Kissinger Vietnam nicht kannte. Und dadurch einen verhängnisvollen Krieg geführt hat. Bush kannte weder den Irak noch Afghanistan. Und ich glaube an diese Aussage eines chinesischen Philosophen, wenn man seinen Gegner vernichten will, sollte man ihn kennen. Und ich wollte mit dem Buch und mit dem Film mithelfen, dass die Menschen verstehen, hallo, warum laufen diese verrückten Leute dahin? Was sind das für Leute? Und ich finde Ihre Arbeit bewundernswert. Und es ist ganz wichtig, dass wir hier mit den Menschen sprechen, die verführt worden sind. Ich wollte all das zeigen. Und ich habe dafür, glaube ich, einige Risiken in Kauf genommen. Und ich finde es einfach wichtiger. Ich glaube nicht, dass unsere Politiker zu viel über die Länder wissen, die sie bombardieren, sondern sie wissen zu wenig. Sie hatten keine Ahnung, als sie Afghanistan angegriffen haben. Sie hatten keine Ahnung vom Irak, als sie Irak angegriffen haben. Sie hatten keine Ahnung von Libyen, als sie Gaddafi wegräumen wollten. Und das Ergebnis ist jedes Mal eine Katastrophe. Jetzt haben wir nicht einen Gaddafi, sondern wir haben 50 Gaddafi. Aber Sie haben hier Argumente? Man kann nicht genug Ahnung haben, um letztendlich in Krieg gegen einen anderen Staat zu ziehen. Alle diese Kriege, die ich genannt habe, waren überflüssig. Und ich finde, also ich habe schon eingedeutet, zweideutig, wer ist Täter und wer ist Opfer. Das ist verschlimmert, wenn Sie vereinfachen und diese IS-Phänomen auf amerikanische Kriege reduzieren. Das ist, als ob wir Ausländer und Einwanderer für unsere Probleme schuld machen. Oder Islam. Die Amerikaner sind so wenig an diesen Problemen schuld, als die Europäer. Denn ich glaube, diese Probleme fingen vielleicht nicht mit Adam und Eva an. Aber Herr Totenhöfer, Sie müssen ehrlich sein. Nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, der Gründung von Israel, das war nicht Amerikas Schuld. Amerika hat 1945 einen Scherbenhaufen geerbt. 500 Jahre haben die Europäer ausgebeutet, ausgeraubt und ermordet. Und seit 1945, trotz Fehler in Korea und trotz Fehler in Vietnam, ist der Welt viel besser geworden. Und wenn wir jetzt sagen, dass ISIS von Amerikanern verursacht ist... Obama. Obama. Nee. Wörtlich. Ja, Obama würde nie so eine Vereinfachung darstellen. Ich zeige Ihnen die Vereinfachung. Sie haben das natürlich nicht im Kontext zu gestalten. Dennis, darf ich Sie mal ganz kurz hier unterbrechen? Die Ursache ist natürlich auch eine wichtige Sache. Warum gibt es in IS? Aber wir sind im Moment noch bei der Wirkung des Filmes. Ich würde das gerne nochmal aufnehmen. Ist es richtig, Jürgen Totenhöfer argumentiert ja mit Aufklärung, er sagt, es ist wichtig zu wissen, wie man da vor sich hat, um auch zu wissen, wie man solche Terrororganisationen bekämpft. Ist es richtig, eine solche filmische Plattform dem IS zu widmen? Das denke ich schon. Also die Frage ist immer, wie man es macht. Mich haben so einige Stellen gestört, weil man die Demaskierung, denke ich, hätte man noch geschickter machen können. Und an manchen Stellen demaskiert sich selber. Also Christian Emte demaskiert sich selbst. Da muss ich nichts kommentieren. Das ist der junge Mann aus Solingen, der dort als Pressesprächer auftritt. Ich fand das also nochmal sehr interessant, dass er noch nicht mal die vorgestanzten ideologischen Phrasen zu Ende rezipieren konnte, weil er sie gar nicht verinnerlicht hat. Und das ist für mich wichtig. Sie sind nicht tief in ihm drin. Und da gibt es Unterschiede. Ich sage immer, das ist sehr platt. Die Deppen gehen zum IS und die etwas Intellektuelleren zu Al-Qaida. Beide sind gefährlich. Ist sehr platt gesagt. Ich weiß. Hat sie intellektuelle Kinder gehabt. Ja, deswegen sage ich, es ist eine verplatte Vereinfachung, sage ich auch. Aber das Gros ist wirklich, warum werden sie davon angezogen und eben nicht vom Islam? Und ich glaube, das ist daran krank, der Film. Sie wollen darstellen, zu Recht, und das finde ich auch löblich, dass der IS eine Pervertierung des Islam ist. Und das ist er. Da gibt es gar keine Frage. Und versuchen aber jetzt, mit einem anderen Islam dagegen zu halten. Der Punkt ist aber, die Jugendlichen gehen nicht dahin, weil sie nach dem Islam auf der Suche sind, sondern wir müssen an die Ursachen ran. Warum gehen die Jugendlichen zum IS? Tausend Gründe. Mal eine Rolle spielen, mal was wert sein. Diese Jenseitsperspektive. Einmal glücklich sein, nämlich einmal jemand sein. Einmal wichtig sein. Ja, wichtig sein. Ersatzfamilie, Bedeutung. Gibt sehr viele Orientierungen. Und diese radikale Ideologie, die sich auch noch religiös begründet, gibt ihnen diese Antworten, erfüllt dieses. Und das lassen die sich nicht wegnehmen. Ein Islam der Bernherzigkeit, der der Mainstream-Islam ist, der gut ist, erfüllt diese Bedürfnisse bei diesen Jugendlichen nicht. Deswegen arbeiten wir mit den Eltern, um an diese Bedürfnisse ranzukommen. Und diese Bedürfnisse müssen alternativ gefüllt werden. Darf ich mal kurz nachfragen, Frau Dantzschel? Einfach mit einem Gegenüberstellen von Islam. Ihre Arbeit ist alternativlos. Einfach richtig. Wenn es nicht so tragisch und so grausam wäre, die suchen so eine Art Abenteuerspielplatz. Es gibt ganz unterschiedliche. Es gehen auch welche hin, die einfach mal an einem großen Projekt beteiligt sein wollen. Sie schreiben Geschichte. Sie haben das ja angesprochen mit den Mythen, mit denen gearbeitet wird. Mit den Überlieferungen. Das sind keine, die man hinterfragen kann. Das sind religiöse Überlieferungen, die hinterfragt man nicht. Wenn der Prophet das offenbart hat und prophezeit hat, dass wenn die Armeen in Scham stehen, dass dann der große Endkampf ist, das Kalifat ist wieder da, ich bin jetzt die erste Generation, die Frauen sind die Mütter der ersten Generation, da bin ich Teil eines Riesenprojektes für Jugendliche, die sonst No-Name gewesen wären. Lass Sie uns mal eine Person rausgreifen, die in dem Film wir aufstehen. Der Name ist ja schon gefallen. Christian Emte, der da als Pressesprecher des IS auftritt, ein ehemaliger Eishockeyspieler aus Solingen, der sich dort geriert mit seinen Allmachtsfantasien als Menschenschlechter. Anders kann man das gar nicht sagen. Er sagt, auch wenn 500 Millionen umgebracht werden müssen, damit sich unser Islam durchsetzt, dann werden eben 500 Millionen die Kehle durchgeschnitten. Was ist das für ein Eindruck, der damit erweckt wird? Wie hat das auf Sie gewirkt, die Art, wie er sich da vor der Kamera posiert hat? Naja, wenn man so will, ist es ein psychopathologischer Größenwahn. Wahrscheinlich hat er in seiner Biografie, ich kann es nicht beurteilen, ich bin kein Therapeut, möglicherweise hat er in seiner Familie nicht die Zuwendung erfahren, die er gebraucht hätte, um einen normalen Weg zu gehen, einem bürgerlichen Leben nachzugehen, eine normale Biografie leben zu wollen. Wir haben es ja sehr anschaulich beschrieben. Das ist ja wirklich der Kern des Ganzen, dass eben unterschiedliche biografische Motive wieder zu führen, dass Leute in diese Richtung gehen, sehr viel Identitätssuche, die Suche nach Bedeutung. Das alles spielt eine wesentliche Rolle und es ist daher auch ein Fehler, wenn wir immer nur gucken, ja, ist das die Moschee, die die Leute radikalisiert oder ist es das Internet? Das ist, wenn überhaupt, die zweite, dritte, die vierte Stufe. Die ursprüngliche, sagen wir mal, die ursprüngliche Orientierung hin zum islamischen Staat oder hin zu dieser radikalen Ideologie, die erfolgt früher und das sind meistens eben individuelle oder seelische oder wie auch immer wir es nennen wollen, Störungen. Und das ist eine wichtige Botschaft, die man in der Tat deutlich rüberbringen sollte. Sind diese Menschen für uns verloren? Nein, nein. Versuchen Sie ja zurückzuholen. Ich wäre vorsichtig, wir haben einige, die psychische Störungen haben, das kommt vor, aber ich wäre vorsichtig, das zu psychologisieren. Es sind teilweise auch sehr gesunde, also das würde ich sozusagen nicht auf diese Ebene, wir dürfen eins nicht vergessen, das fehlt mir bei Ihnen im Film leider auch, warum ist denn Emde so überzeugt, dass Schieten getötet werden müssen? Das hat der IS doch nicht erfunden. Wir müssen uns mit Salafismus, mit der salafistischen Theologie und der daraus entstandenen späteren dschihadistischen Theologie auseinandersetzen. Wir können sie nicht aus dem Islam raus. Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen für die Zuschauer auch? Das ist ja eine sunnitische Organisation der IS. Die Schiiten sind sozusagen die Konkurrenten innerhalb des... Eine andere Konfession. Eine andere Konfession. Und das sind eigentlich die Hauptfeinde für die Sunniten. Die sind schlimmer noch als Christen und Juden. Und interessant wird ja auch noch gesagt, da wird ja auch gesagt, Christen und Juden dürften bei uns sogar, wenn sie diese Schutzsteuer zahlen, leben, aber Schiiten, die bringen wir alle um. Und das ist in der Salafie angelegt. Ja, die Salafie basiert auf dem Wahhabismus, dem heutigen saudischen Staatsislam. Das ist eine kleine theologische Strömung. Das ist nicht der Mehrheitsislam. 2 Prozent der Welt. Das Problem ist natürlich, dass der Wahhabismus über Saudi-Arabien, über die Gelder und so weiter in der Welt exportiert worden ist. Und diese Jugendlichen haben wirklich das Gefühl, dass sie die einzigen wahren Vertreter des Islam sind. Und diese Ablehnung, die Mystiker, die Sufis noch, sämtliche Schreine werden zerstört. Jetzt der Angriff auf die Moschee des Propheten in Medina. Alles legitim. Und das ist angelegt in der Salafie, sozusagen theoretisch. Nicht jeder Salafist wird Militant, um Gottes Willen nicht. Oder äußert sich quasi aggressiv gegen Schieten oder Sufis. Aber da ist es angelegt. Und deswegen brauchen wir neben all den anderen Debatten, den politischen, auch eine theologische Debatte. Wir brauchen sie auch. Und insofern war mir das zu einfach, was der... Herr Thunberg, ich darf die Frage hinterher schieben gleich mit Emte. Wie hat der auf Sie gewirkt? Sie haben mit ihm ja relativ viel zu tun gehabt. Er war Ihr Begleiter. Sie haben ihn ja auch mehrfach... Er wird nicht der Einzige begleitet. Es war immer ganz der Gruppe dabei. Aber wie hat gerade er gewirkt? Das ist ja etwas ungewöhnlich, da einen Deutschen in einer solchen Funktion anzutreffen. Ja, ich habe ein halbes Jahr meine Sonntage damit verbracht, dass ich mit ihm geskypt habe. Wenn also andere Menschen grillen gegangen sind, habe ich die Vorhänge zugemacht und habe Skype-Gespräche mit Emte geführt. Und für mich ist er Abu Qatah. Er hat sich diesen Namen gegeben, also respektiere ich das. Und ich habe ihn gefragt, wie er das rechtfertigt, dass unschuldige Menschen getötet werden, weil der Islam Barmherzigkeit ist, was unsere Menschen nicht wissen. Sie wissen das. Und wir haben immer wieder diskutiert. Ich habe seine Mutter inzwischen, glaube ich, dreimal besucht. Vorher zweimal. Und er hat eine großartige Mutter, die natürlich ihren Sohn verloren hat. Aber die Familienverhältnisse sind nicht ganz einfach. Er hat eben nur eine Mutter. Und er war in seiner Kindheit ein Gerechtigkeitsfanatiker. Und dann kommt irgendwann ein Gehirnwäscher, der sagt ihnen, hast du das Unrecht gesehen in Afghanistan und Irak? Hast du gesehen, wie unsere Kinder und unsere Brüder und Schwestern getötet werden? Und findest du nicht auch, dass dagegen Widerstand angebracht ist? Und das findet er. Und da sage ich sogar, bis zu diesem Punkt kann ich ihn verstehen. Ich bin nicht zu einer Meinung, aber ich kann ihn verstehen. Und dann sagt dieser Gehirnwäscher ihm, und du sitzt hier. Dieser Gehirnwäscher ist ein Österreicher. Ein bekannter Österreicher, der inzwischen tot ist. Und er sagt ihm, also du sitzt hier. Also auf nach Syrien. Auf in den Irak. Blick auf, lasst uns kämpfen. Und dann kommt das Seltsame der Gehirnwäscher, was Sie wahrscheinlich am besten verstehen. Dann kommt ein Punkt, wenn die mal gehirngewaschen sind, denken die nicht mehr nach. Und dann glaubt er, er kann eine Unschuldige töten. Dann glaubt er, Sklaverei ist zu müssen. Emde war schon lange, bevor der Österreicher nach Syrien kam, war Emde schon lange auf der Spur. Er war ja schon in Großbritannien in Haft, weil er mit Al-Qaida-Magazinen da erwischt worden ist. Mit dem Robert Baum zusammen. Ja, ich rede aber von seiner Kindheit. Als Kindheit war er ein Gerechtigkeits-Funatiker. Nein, ich meine bloß, also der Gehirnwäscher, der dann aus Österreich, ich weiß, wen Sie meinen, der dann kam. Mohammed Mahmoud. Ja, Mohammed Mahmoud. Der hat ja hier in Berlin mit unserem Desodok zusammen diese Milatu Ibrahim gegründet. Das ist die militante Kameradschaft. Das Entscheidende... Das Entscheidende an dieser Milatu Ibrahim ist, dass das das erste Mal die Materialisierung, also die Formgebung einer radikalen Jugendsubkultur war. Richtig. Das ist das, was ich immer so Pop-Dschihadismus nenne. Und das ist das, was wir jetzt haben. Zu der Zeit, als Emde anfing, sich zu radikalisieren, wo er noch nach Großbritannien, hatten wir so die Anfänge. Das heißt, wir haben längst nicht mehr die Prediger, selbst nicht die radikal-salafistischen Prediger, sondern es sind junge Leute, wie dieser österreichische Mohammed Mahmoud, wie unser Ex-Rapper Desodok, wie Emde, die die neuen Popstars sind. Und das ist eben das Erfolg auch vom IS. Er hat sich diese Popkultur als Vermittlung der Ideologie zu eigen gemacht. Das heißt, mittels dieser Popstars, mittels der Elemente der Popkultur, gucken sich die Videos an, kurz geschnitten, MTV-Stil. Und die Videos werden von Solingen gemacht. Das sind die Solinger Gruppe, die diese Propaganda entworfen hat. Das heißt, wir haben jugendliche Akteure, die wissen, wie die Zielgruppe denkt, wie sie tickt, weil sie selber Teil dieser Zielgruppe waren, weil sie diese gleichen Gefühle hatten. Das heißt, die sprechen sie an, wie große Brüder kleine Brüder ansprechen. Und nicht wie ein Prediger irgendwelche fernen Jugendlichen. Wir haben heute diese Ideologie als radikale Jugendsubkultur auf jedem Handy, in Telegram, in diesen Apps. Und wenn Eltern heute Fehler machen in der Erziehung von Kindern, was sie immer gemacht haben, über die Jahrhunderte hinweg haben Eltern immer Fehler gemacht, dann ist heute die Alternativlösung, die diesem Jugendlichen dann mal zuhört, als Alternative zu den Eltern im Kinderzimmer. Und deswegen ist heute sozusagen Fehler von Erziehung von Eltern, Brüche, Verlusterfahrung, alles, was Jugendliche so durchmachen in der Entwicklung, hochgefährlich, weil die Alternative sofort da ist. Darf ich nochmal zum Film zurückkommen und zur Entstehung des Filmes, Herr Totenhöfer? Wie viel haben Sie da riskiert? Haben Sie da eine Menge riskiert, da hinzugehen und diesen Film zu machen? Ja. Wie gefährlich war das? Eigentlich, Sie müssen die Frage stellen. Eigentlich finde ich die Frage natürlich naiv. Ich habe an keinem Abend, wenn wir schlafen gegangen sind, gewusst, ob wir am nächsten Tag noch leben würden. Ich habe rein rational... Dann ist doch die Frage nach dem Risiko sinnvoll. Ich habe rein rational... Natürlich. Sie mussten die Frage stellen. Ich habe rein rational mir ausgerechnet, dass die mir zeigen wollten, dass sie einen Staat haben. Und dass sie, nachdem sie eine öffentliche Garantie gegeben hatten, als Staat diese Garantie einhalten könnten. Mein Sohn... Sie am Leben zu lassen, mein Sohn. Mein Sohn war der festen Überzeugung, das ist ein Trick, die legen dich rein und sie werden dich hinrichten. War Ihnen das vorher klar, bevor Sie dahin gereist sind? Wirklich mutig war mein Sohn, weil der nicht an die Zusage des IS geglaubt hat. Ich habe rational geglaubt, dass sie die Zusage einhalten konnten. Aber es gab Situationen, unser Fahrer war ja Dschihadi John, mit großer Wahrscheinlichkeit, der Henker, den Sie alle kennen. Der Folie umgebracht hat in britischen... Der Folie und viele andere umgebracht hat und der auch zu uns unglaublich unfreundlich war. Wir hatten am ersten Tag die schwersten Auseinandersetzungen. Und ich wusste auch am ersten Tag, ich muss die Auseinandersetzung auf mich nehmen. Das ist Vorchecking. Wenn wir jetzt nicht ganz hart widersprechen und genauso laut brüllen wie der, dann haben wir verloren. War es ein Himmelfahrtskommando von Anfang an, als Sie losgefahren sind hier in Deutschland? Es war die schwierigste Reise meines Lebens. Das glaube ich Ihnen gerne. Es war die riskanteste Reise meines Lebens. Und ich habe meinen Sohn tagelang gebeten, nicht mitzukommen. Immer und immer wieder, auch auf Wunsch meiner Familie. Und mein Sohn hat mir gesagt, ich habe dir technisch geholfen, die Kontakte herzustellen. Ich habe dir bei den Skype-Gesprächen geholfen. Und wenn du umgebracht wirst, du kannst mich nicht ein ganzes Leben, der ist 30 Jahre damals gewesen, ein ganzes Leben mit dem Gefühl leben lassen, dass ich an deinem Tod schuld bin. Du musst mich jetzt auch mitnehmen. Haben Sie sich die Frage mal gestellt, warum Sie die wieder haben laufen lassen, wieder ausreißen lassen? Ja, weil Sie eben diese Zusage, die Zusage wurde auf Twitter öffentlich gemacht mit einem tollen Bild, das haben Sie ja in dem Film gesehen, wo dann das Kalifat zusichert, dass ich zurückkehren würde und dass mir nichts geschehen würde. Ich glaube, dass Sie sich das nicht leisten konnten. Aber es gab Situationen, vor allem als ich diesen Dschihadi John, den Henker, einmal unmaskiert im Nebenzimmer eines Restaurants sah. Da kam es zum Ausbruch. Die haben gesagt, Sie versuchen, uns auszuspionieren. Sie haben sich dann alle abends getroffen, haben nicht mehr mit uns gesprochen, haben auch nicht mehr im selben Haus geschlafen wie wir. Da dachten wir, dass Sie nachdenken, ob Sie diese Zusage einhalten müssen. Aber ich meine, diese Zusage, was war die denn wert? Ich kann mich an eine Szene im Film erinnern, wo Emde ganz süffisant sagt, und wenn Ihnen was zustürzt, dann wird der, der Ihnen was antut, bestraft werden. Und ich glaube, da hat er auch irgendwie die Mundwinkel verzogen. Also das war eine eher süffisante Angelegenheit für ihn. Also, es gibt nichts Negatives, was ich über den islamischen Staat nicht sagen würde. Ich halte sie für viel gefährlicher als Al-Qaida. Al-Qaida ist meines Erachtens Peanuts. Aber wir dürfen ja auch eine Meinungsverschiedenheit haben neben IS. Aber ich glaube, eins muss ich auch sagen, Sie haben zwei Zusagen eingehalten. Sie haben mich lebend rausgelassen und Sie haben mir mehr Möglichkeiten für Interviews und für Filme gegeben, als alle Terroristen, die ich vorher gesehen habe. Aber warum haben Sie das getan? Warum hat man Sie mit dem Filmmaterial wieder ausreißen lassen? Sie haben ja auch Filmmaterial, also etwa ein Zehntel gestrichelt. Zum Beispiel eine Sache, nachdem der islamische Staat behauptet, es gäbe keine Bettler im islamischen Staat. Und mein Sohn hat eine Bettlerin fotografiert. Also war das Bild, abends wurde von Dschihadi John gelöscht. Das durfte keine Bettler geben. Oder Sie haben uns bei dem Interview, das ich mit Emde, mit Abu Qatada und einem anderen geführt habe, einen Kämpfer, der in Mosel gekämpft hat. Da wollte Friedrich ein Bild zusammen mit mir haben als Erinnerung. Es gab ja keine Bilder, er hat immer gefilmt. Und als wir das Bild dann im Auto gesehen haben, sahen wir, dass die ihre Maschinenpistolen uns an den Kopf gehalten haben hinten. Das war auch kein sympathisches Bild für den IS, also wurde das abends gelöscht. Also es sind auch Sachen gelöscht worden, ich würde sagen ein Zehntel. Aber wir hatten relativ, für mich erstaunlich viel Freiraum. Viel mehr, als ich bei den Taliban hatte. Viel mehr als bei der islamischen Front. Wenn die eine, irgendetwas verbunden haben, hat er denn erwartet, dass Sie möglicherweise auch seine Botschaften mittransportieren? Ungewollt? Also ich glaube, wenn Sie in irgendein Land gehen, wenn ich jetzt in die USA gehe und ich habe ja in Ihrem Land Ihre führenden Politiker auch kennenlernen dürfen, Weinberg und wie sie alle heißen, Ihre Verteidigungsminister, die haben alle eine Botschaft. Die wollen alle was rüberbringen. Wenn ich nach Kuba eingeladen werde oder in Syrien bin und mit dem Präsidenten spreche, dann will er mir irgendwas verkaufen. Natürlich wollten die was verkaufen. Die wollten verkaufen, wir sind ein Staat. Und mir haben arabische Politiker, arabische Diplomaten vorgeworfen, dass meine Abrechnung in dem offenen Brief an den Kalifen, der ist ja in der ganzen arabischen Welt veröffentlicht worden, viel zu hart gewesen sei, weil ich alle Kontakte mit ihnen abgebrochen habe. Ich habe gesagt, ihr seid keine Muslime, ihr seid anti-islamisch, ihr seid Kriminelle. Und ich habe das in einer Deutlichkeit klar gemacht, mit der sie möglicherweise nicht gerechnet hatten. Aber ich fand, dass wenn ein Mann wie Abu Qatada sagt, wir werden alle töten, die nicht zum IS-Islam sich bekennen oder zum Christentum oder zum Judentum. Und wenn das hunderte von Millionen sind, ich fand, dass es da keine Gesprächsbasis mehr gab. Also habe ich radikal, auch in meinem Buch, einen Strich gezogen und habe gesagt, da gibt es keine Kompromisse. Darf ich halt kurz, Herr Dennis, eine Frage noch zu dem, hat der, wenn Sie jetzt den Film sehen, von Jürgen Totenhöfer, hat der der Islam, hat das dem islamischen Staat genutzt oder geschadet? Und kann ja daraus auch Nektar saugen, aus dieser Darstellung. Ich meine, dass es den leider genutzt hat, obwohl Sie den nachher natürlich auch verteufelt haben, weil es zeigte einen funktionierenden Staat. Und wie Bin Laden mal gesagt hat, die Leute folgen den starken, edel, nicht den schwachen. Und solange dieser Staat sich behauptet, militärisch wie politisch, hat es Anziehungskraft für die ganze Welt in unserer globalisierten Zeit. Ich meine, wir wissen, wie man mit totalitären Ideologien umgeht. Und wir wissen auch, wenn die eine Terrorherrschaft auch noch ausüben können über Territorien, ist es viel schlimmer, als wenn sie so Einzelkämpfer sind. Aber im globalisierten Zeitalter, selbst wenn ISIS bald kein Territorium als solches mehr besitzt, nicht mehr als ein Gang in Chicago vielleicht, werden die global auf Rache sein. Und wir müssen darauf bewappnet. Aber zu sagen, wir sollen die nicht vernichten, weil dann gibt es zerstreute Terroristen in der Welt. Wer sagt das denn? Ja, manche Leute sagen, also nicht sie, aber es gibt Leute, die sagen, wir provozieren nur deren Ärger. Peitsche, nein, Zückelbrot, ja. Ich bin der Meinung, wir müssen immer beides machen. Und dass die Strategie, die jetzt aufgelegt ist, wo die Irakis auch viel mehr machen, als die Amerikaner am Anfang gemacht haben, in einen Staat, Herr Dödenhofer, ich denke schon, Irak ist heute besser als unter Saddam Hussein. Das glaubt aber kein einziger Iraker außer Ihnen. Ja, okay, aber die haben eine Regierung, wenigstens sind die im Gespräch mit uns. Aber unter Hussein haben die Kurden unseren Schutz genutzt, aber das war nicht nachhaltig. Unter Hussein haben die Schiiten mit unserer No-Fly-Zone auch den Schutz genutzt, das war nicht nachhaltig. Jetzt vielleicht sind Sie der Meinung, Herr Dödenhofer, nach 9-11, trotz Attentat von Saddam und all das, nach 9-11 hätten die Amerikaner sagen sollen, Grenzen zu. Taliban, das ist deren Problem. Ausschießen lassen, in 20 Jahren schicken wir eine Roboterarmee rein. Grenzen zu, wir müssen keine Sorgen mehr haben über, oder wir sollen uns nicht mehr darum kümmern, den persischen Golf für die Japaner, die Chinesen und die Europäer sicher zu halten. Wir kommen nach Hause, Isolationismus pur. Das haben wir nicht gemacht. Und ich finde, es ist besser. Natürlich haben wir nicht alles richtig gemacht. Normandie war auch kein genialer Schatz. Die Frage, darf ich es mal kurz da einhören, die Landung der Normandie mit dem Irak zu vergleichen. Welche, das Engagement des Westens im Nahen Osten, das ging ja schon in den 1980er Jahren los, in Afghanistan, da waren Sie ja auch damals gewesen. Da haben wir ja die Mujahedin ausgestattet gegen die Sowjetarmee und die die Waffen dann später auch gegen den Westen gerichtet haben, die sie bekommen haben. Was ist da falsch gelaufen? Was wäre zum Beispiel gewesen, wenn 2003 nicht im Irak interveniert wäre? Wäre das dann besser gelaufen? Das war ja hier eine Diskussionsgrundlage. Wenn 2003 Saddam Hussein nicht gestürzt worden wäre, auch wenn er ein blutiger Diktator war, der allerdings erst ein Diktator geworden ist mit so viel Erfolg, nachdem er von den USA sehr stark unterstützt wurde, vor allem im Krieg gegen den Iran in den 1980er Jahren. Wenn es diesen Sturz von Saddam Hussein 2003 nicht gegeben hätte, dann würde es heute den islamischen Staat nicht geben. Weder im Irak, noch in Syrien, noch in Libyen hat es auch nur ansatzweise islamistische Gruppierungen von Bedeutung gegeben. Nach den Interventionen und dem Versuch des Regimewechsels in Syrien ist alles zusammengebrochen. Wir haben jetzt weite Flächen, die sozusagen ohne Herrschaft sind, ohne Kontrolle. Und das wirklich Erstaunliche ist, wenn man sich dieses Ganze vergegenwärtigt, man kann ja in der Realität lesen und kann verfolgen, was geschehen ist in den letzten Jahren, die politisch und militärisch Verantwortlichen weder in den USA, noch in Europa, noch in der NATO lernen aus ihren Fehlern, sondern sie bereiten die nächsten militärischen Interventionen vor, insbesondere in Libyen. Das wird der nächste Fokus werden. Aber da hätten wir, wenn der Westen das nicht getan hätte, hätten wir Gaddafi und Saddam Hussein nach wie vor dort fest im Sattel sitzen. Ja, aber die westlichen Staaten haben doch diese Diktatoren mit ihnen jahrelang die besten Geschäfte gemacht. Die Amerikaner haben die Leute, die sie gerne durchgefoltert sehen wollten, liebend gerne zu Gaddafi oder zu Assad geschickt. Also man hat engstens mit diesen Leuten zusammengearbeitet. Es ist doch ein unglaublicher Unfug zu sagen, also die offizielle Darstellung ist ja häufig die, dass die Amerikaner, dass die westlichen Staaten intervenieren aus humanitären Erwägungen, weil Bashar al-Assad die Menschenrechte nicht achtet in seinem Land, weil er Fassbomben auf seine Bevölkerung wirft. Das alles ist richtig, das tut ja auch aus einem furchtbarer Finger. Aber das ist doch nicht der Grund für militärische Interventionen. Es geht um Geopolitik, es geht um Machtpolitik, es geht um Allianzen. Es geht darum, Russland, China klein zu halten, fern zu halten. Es geht darum, den Iran klein zu halten, eine Normalisierung mit dem Iran nach Möglichkeit nicht zu machen. Es ist ein ziemlich schmutziges Geschäft. Und wenn man sich damit näher befasst, dann wird einem wirklich schwindelig. Die IS haben wir auch sozusagen mit zu verantworten. Aber ich höre, Sie wollen ein starkes Iran und Sie wollen, dass China mehr Einfluss im Nahen Osten ausübt. Und ich als Europäer möchte weder das eine noch das andere. Ja gut, man kann sich, sagen wir mal, sachlich und nüchtern über gegebene politische Zusammenhänge austauschen. Man kann analytisch versuchen zu verstehen, was dort passiert. Oder man kann mit ideologisch motivierter Emotionalität vermeiden, überhaupt nur nachzudenken. Und ich bin der Meinung, man sollte diese Dinge ganz nüchtern betrachten. Die Welt ist nicht mehr so, dass wir eine hege mondiale Macht haben. Die USA, die nach ihrem eigenen Gusto, wie nach 1989 lange Zeit, die Welt gewissermaßen nach ihren Vorstellungen ordnen kann. Es gibt andere Akteure in der internationalen Politik, die mehr und mehr auftreten. Auch wenn uns deren Verhalten vielfach nicht gefällt. Nämlich Russland und China, aber auch nicht staatliche Organisationen, die sehr mächtig und einflussreich sind. Google, Amazon und andere, die über Milliardengelder verfügen. Es gibt also eine zunehmende Multipolarität in den internationalen Beziehungen. Und was wir lernen müssen in der westlichen Politik, nach meiner tiefen Überzeugung, ist, die Welt nicht mehr nur zu sehen aus einer imperialen Perspektive. Der ganze Kuchen soll uns gehören, sondern wir müssen lernen, auch mit anderen zu teilen und zu sagen, okay, wir müssen uns miteinander austauschen. Wenn das nicht geschieht, dann haben wir militärische Konfrontationen auf Dauer im Nahen Osten und zunehmend auch mit Russland. Das erklärt ja jetzt letztendlich auch nicht die Attraktivität des IS, die Sie auch angesprochen haben. Das erklärt in einer Form meine Schwierigkeit, weil es geht ja darum, Alternativen zu bieten. Wenn der IS attraktiv ist oder dschihadistische Gruppen allgemein, wenn ich mit den Eltern arbeite, geht es ja darum, an die Bedürfnisse der Jugendlichen ranzugehen. Und diese Bedürfnisse werden gerade durch die Radikalen gedeckt. Also wie kann ich sie alternativ decken? Und da habe ich natürlich bei dieser Politik Schwierigkeiten, die Demokratie positiv, als positive Alternative darzustellen. Ich will es gar nicht so in diese große globale, nur zwei Beispiele. Ein guter Freund von mir sagt das immer sehr prononciert. Salafismus ist für uns im Moment innenpolitisch das größte Problem. Saudi-Arabien ist außenpolitisch einer unserer wichtigsten Partner. Ägypten, das was wir jetzt unter Sisi haben, ist alles andere als Demokratie. Und das heißt, jetzt habe ich einen Jugendlichen, der sozusagen demokratisch aufgewachsen ist, der aus was für Gründen auch immer in einer totalitären Ideologie sein Heil gefunden hat. Und ich will versuchen letztendlich ihm doch die Demokratie, das freiheitliche Leben wieder schmackhaft zu machen, dass es ihm was bringt, dass von ihm auch keine Gefahr für andere ausgeht. Und da kann ich ihm natürlich die Welt nicht schönreden. Wenn ich da noch ganz kurz ergänzen darf, es kommt ja noch ein Aspekt hinzu, den ich sehr wichtig finde. Es ist doch, wenn man es mal ein bisschen pointiert formulieren will, geradezu absurd, dass ausgerechnet salafistische Bewegungen so ziemlich die einzigen sind, die normalen Muslimen, auch jugendlichen Muslimen in Deutschland oder anderswo in Europa signalisieren, hey, es ist okay, dass du Muslim bist und dass du Deutscher bist. Das ist gut, sei stolz darauf. Du hast sozusagen beide Welten in mir. Der Mainstream unserer Gesellschaft, der begegnet ja den Muslimen in diesem Land oder dem Islam nicht mit Neugierde, mit Respekt und mit einer, sagen wir mal, kritischen, differenzierenden Betrachtungsweise, sondern es ist ja eher so ein Gefühl von, ah, wenn die nichts mehr zu tun haben, alles ganz schlimm. Das heißt, Sie sind also doch fast clever im Umgang auch mit diesen Jugendlichen, die Sie ja bedeuten. Darf ich das? Es sind 800 Deutsche, glaube ich, im Laufe der Jahre in den dort... Das ist die bekannte Zahl. 820 wissen wir. Es gibt eine Dunkelziffer, das wissen wir nicht. Aber gut, diese 800... Es sind aber Jugendliche und nicht Muslime, die sich radikalisieren. Jugendliche, darunter eine ganze Reihe von Mädchen, auch minderjährigen Mädchen. Sind Ihnen die eigentlich begegnet in Mosul? Und Deutsche, die... Und wenn wir völkerrechtswidrige Kriege führen, wie Tony Blair und George W. Bush, dann sollen sie das sagen. Die jungen Leute suchen nach der Wahrheit. Die wollen Menschen, die ihnen die Wahrheit sagen. Und zu ihrer Frage, was die ihnen erzählen. Die erzählen zum Beispiel der IS hier, ihr kommt dort, ihr bekommt wunderbare Wohnungen, Villen. Und ihr bekommt richtig viel Kohle. Und ihr bekommt Mädchen. Die Realität ist, sie wohnen in den schäbigsten Wohnungen, die sie sich vorstellen konnten. Das heißt, da gibt es Kaltwasser, es zieht aus allen Ecken. Das muss ja nicht schlecht sein, aber es wird gelogen. Die viele Kohle, der Abu Qatada, den Sie gesehen haben, verdient 50 Dollar im Monat. Und als ich ihn gefragt habe, entschuldigen, jetzt wird es sehr, sehr, sehr persönlich und ich teile das alles auch nicht, was er gesagt hat. Ich habe gefragt, warum sind Sie nicht verheiratet? Er sagt, ich kann mir das nicht leisten. Aber es wird Ihnen vorgelogen. Und da habe ich gesagt, aber ich lese überall, es gibt Sklavin. Da sagt er, eine Sklavin kostet 1500, ich verdiene 50 im Monat. Das heißt, diese jungen Leute werden nach Strich und Faden auch hier von den Propagandisten angelogen. Sie gehen in eine grauenvolle Welt, Sie kriegen eine große Geschichte, eine historische Geschichte. Aber das, genau Herr Totenhöfer, fehlt mir in Ihrem Film. Ja, ich kann ja nicht alles da einpacken. Nein, aber Sie kommentieren dazwischen. Das ist das, was mir fehlt. Und mir fehlt auch diese, es ist etwas eindimensional. Wir haben einfach, in dem ganzen Film kommt nicht einmal vor, dass die Zivilisten, die zerbombt werden, massiv von Assad und den Russen zerbombt werden. Die Russen haben das Krankenhaus in Raqqa zerbombt. Es kommt in dem ganzen Film nur, als ob nur die Amerikaner. Diese Eindimensionalität ist das Gefährliche. Wir dürfen die Wahrheit nicht verschweigen. Wir können den Jugend, aber der Konflikt ist komplex. Aber Frau Danschke, ich teile ja in fast allem Ihre Auffassung, aber eindimensional wird in den deutschen Medien ganz anders berichtet. Hier wird nur berichtet, wie die Russen bombardieren. Dass die Franzosen bei einem Angriff auf Raqqa ein Krankenhaus, eine Ziegelei mit 30 unschuldigen Zivilisten getötet haben. Dass in Fallujah Tausende von uns zusammengebombt wurden. In Ramadi, dass Ramadi zu 90 Prozent zerstört wird. Also all das lesen Sie in deutschen Medien. Darf ich ganz kurz noch, wir können ja zwar nicht diese Aufzählung auch fortsetzen. Was mich noch interessieren würde, Sie sind ja auch mit dem Tode bedroht worden. Dort verbal, man findet sie überall, egal wo sie sich in Europa dann verstecken. Das war ja auch kein sehr freundlicher Akt. Wie empfinden Sie diesen Umgang des IS mit Ihnen, mit Ihrer Person? Haben die Sie bedroht, erpresst in irgendeiner Weise? Versucht dann auch auf Ihre Arbeit Einfluss zu nehmen? Nein, wir hatten nach der Reise noch Kontakt zu Ihnen. Ich habe ja versucht, einen englischen Journalisten freizukriegen. Cameron hat es abgelehnt, zwei Beamte zu mir geschickt. Und die zwei hohen Beamten haben mir signalisiert, wenn ich aus dieser Befreiungsaktion des britischen Journalisten nicht rausginge, würde ich Schwierigkeiten mit dem englischen Gesetz bekommen. Und wir hatten weitere Kontakte. Abu Qatada schrieb, könntet ihr bitte den Kurden nicht modernere Waffen liefern? Wir kriegen die von den Kurden anschließend und schickt nicht immer eure alten Maschinengewehre dahin. Und dann kam das Buch Inside IS. Und ab da haben sie den Kontakt völlig abgebrochen. Ich kriege keine Antworten mehr auf meine Fragen. Es gibt keinen Kontakt mehr. Und dass es Morddrohungen gibt, die ich zu Dutzenden über Facebook bekommen habe, interessiert mich nicht. Ich werde meinen Lebenswandel nicht im IS unterwerfen. Aber was mich freut ist, und das müsste eigentlich auch Sie freuen, Frau Dantzke, ich kriege auf Facebook, ich schreibe sehr viel auf Facebook über diese Themen, mehrfach Briefe von jungen Leuten, die gesagt haben, wir haben durch Ihre Lektüre verstanden, dass unser Glaube, wir sollten uns dem IS anschließend falsch schreiben. Das heißt, man kann sie erreichen. Natürlich kann man sie erreichen. Eine Frage noch ganz am Ende von Herrn Lüders und Herrn Dennissen. Ihre Absicht war ja, das zu entlarven. Ist das gelungen durch den Film? Ja, ich meine schon. Es ist ein wichtiger Film, um zu verstehen, wie die Situation vor Ort sich darstellt. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch noch andere Ebenen, die erklären, warum der islamische Staat nicht so eine Weitere zu besiegen ist. Vor allem die internationale Verflächenunterstützung, die Stützerei und dergleichen. Zeigt der erfolgreiche Staat ohne große Menschennot. Ich finde, das ist ein falsches Bild. Dazu angedeutet, dass am Ende waren die angloamerikanischen Kriege vor allem verantwortlich. Obama. Ja, das kann ich nicht sagen. Und dieses Thema ist ein weites Feld. Der Nahostkonflikt spielt ja auch in der Phönix-Runde immer wieder eine Rolle. Und das wird er auch in Zukunft leider tun. Ich bedanke mich, dass Sie da waren, liebe Zuschauer. Das war die Phönix-Runde im Anschluss an die Dokumentation Inside IS. Zehn Tage im islamischen Staat von Jürgen Totenhöfer. Danke, dass Sie hier waren. Und von meinem Sohn. Und von Ihrem Sohn Frederik. Vielen Dank, dass Sie hier waren, liebe Zuschauer. Bleiben Sie bei Phönix. Danke. Danke, dass Sie hier waren. Verlä reaches Sération. Vielen Dank. Danke, dass Sie da sind. Danke, dass Sie uns auf dem Laufgartet haben. Danke, dass Sie hier waren. Danke, dass Sie hier waren, liebeоротbli지를 treffer�ieren. Danke, dass Sie hier sind und liegt collarinen.